In der 4M hat die Frau Fessa-Wiederin eben das mit uns besprochen, den Klimawandel. Dann haben wir uns entschieden, eben da eben zu dieser Demonstration zu gehen und haben das dann den anderen Klassen vorgestellt mit einer kleinen Gruppe. Und da haben die meisten eigentlich gesagt dann, ja, das ist voll die gute Idee, da gehen wir eben auch mit. Und dann haben wir auch ein Lied geschrieben und alles und haben Schilder gemacht in ganz verschiedenen Unterrichtsstunden. Da hat uns auch jeder Lehrer eigentlich unterstützt. Okay, dieses Thema Klimawandel, ist das für euch vorher auch schon wichtig gewesen? Also man hat schon immer wieder mal darüber geredet, aber seitdem das eben in der Klasse besprochen worden ist, ist es viel mehr geworden, viel intensiver und man macht sich da schon mehr Gedanken darüber. Wollt ihr jetzt nach dem Freitag noch weiter irgendwie da mitmachen? Ja, ich denke schon, weil es halt nicht nur ein Thema ist für einen Tag oder so, sondern das ist halt schon was Langfristigeres, ist was Wichtiges für die nächsten Generationen auch.